Im Auftrag der Österreich-Werbung wurde für die HTC Vive ein interaktiver Virtual Reality-Rundgang durch das Kunsthistorische Museum in Wien entwickelt. Interaktive Elemente ermöglichen es den Besuchern mittels Blicksteuerung durch das Museum zu navigieren und zusätzliche Informationen zu den Kunstwerken abzurufen. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Erzählstränge. So kann der Verlauf der Geschichte selbstbestimmt werden, während man sich durch das Museum bewegt. Vom Gang durch die Gemäldegalerie über die Antikensammlung bis hin zu einem ganz besonders exklusiven Blick hinter die Kulissen der Restauratoren ermöglicht die VR-Produktion der Österreich-Werbung ein Eintauchen in die Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien.